Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach Fernsehen schauen könnt, über euer iPad, Handy oder auch auf dem PC, ohne selber einen Fernseher zu haben und das Ganze kostenlos. Und zwar gibt es dafür einmal die Möglichkeit, Join hier zu nutzen. Join, wenn wir hier drauf gehen, haben wir hier Live TV, den seht ihr hier. Wir haben hier zum Beispiel ARD, ZDF, ProSiebenSat1 und so weiter. Die ganzen ProSiebenSat1-Sender haben wir hier drauf und natürlich auch die ganzen kostenlosen bzw. die ganzen Sender, die von der GEZ bezahlt werden. Hier können wir die ganzen RTL-Sender gucken, die könnt ihr nur über RTL Plus gucken. Das Ganze ist dann nämlich kostenpflichtig, so wie VOX, RTL 2, RTL und so weiter und so fort. Diese Sender, wie gesagt, gehen meistens dann nur direkt über RTL Plus. Genau, hier könnt ihr wie gesagt einfach bei Join das Ganze gucken. Einfach über jedes Gerät, was Internet besitzt, könnt ihr das gucken. Ansonsten gibt es noch weitere Möglichkeiten und zwar könnt ihr hier bei Plutus TV das Ganze einmal machen. Plutus TV, ihr seht hier, dort können wir gratis, wie gesagt, Fernsehen schauen und natürlich auch noch viele, viele weitere Sachen machen. Hier gibt es extra Channels, da zum Beispiel auch die Alken liegt drauf und vieles, vieles mehr. Also hier gibt es wirklich fast alles, was ihr gucken könnt. Ihr seht hier, so und dann haben wir das Ganze. Wir posieren das jetzt hier einmal bzw. gehen einmal ganz kurz runter. Genau, also hier gibt es sehr, 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 sehr viel Sachen, die ihr im Prinzip hier gucken könnt. Genau. Ansonsten gibt es noch Weipu TV, das haben wir nämlich hier und das ist im Prinzip einmal auch ein Streamingdienst, wo wir im Prinzip die ganzen Sender kostenlos gucken können. Ihr seht hier, ein Monat kostenlos Test, danach kostet das was. Aber ansonsten haben wir hier fast alle Sender und davon auch noch die meisten in HD und bis zu vier Geräte gleichzeitig. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne Like und Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Dann würde ich sagen, das war es jetzt von mir und bis zum nächsten Mal. Dann würde ich sagen, das war es jetzt von mir.